Neueste Entwicklungen um den Skandal von Ursula von der Leyen und den bestellten Impfdosen. Ja, es geht um Pfizer-Gate. Beinahe hätten wir die Meldung übersehen. Es gab gestern einen Gerichtstermin für ein Eilverfahren gegen Ursula von der Leyen. Entscheidung folgt bis Ende nächster Woche. Somit gibt es doch noch die Möglichkeit und die Chance, dass ein Richter die zweite Amtszeit hier einfach platzen lässt. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Eine wunderbare, eine faszinierende Meldung gab es hier gestern aus dem Pfizer-Skate-Skandal. Wie ihr ja wisst, ist es der Lobbyist gewesen, Frederic Baldan, der als Kläger hier auftritt. Das ist ein belgischer Lobbyist, vor allem ein Pharma-Lobbyist, spezialisiert auf Verbindungen zwischen EU und China. Er ist es, der die Frau von der Leyen damals angezeigt hat, der sie versucht vor Gericht zu ziehen. Und wie ihr sicher wisst, wenn ihr diesen Kanal verfolgt, ist am 17. Mai die anberaumte Anhörung des belgischen Gerichtes in Lüttich auf Dezember vertagt worden, damit alle Beteiligten noch etwas mehr Zeit haben und dass man das aus dem Wahlkampf nach draußen schiebt. Das hat erfolgreich funktioniert. Allerdings hat der Kläger Frederic Baldan inzwischen einfach ein Eilverfahren vom Zaun gebrochen und es wird wirklich amüsant. Er wirft ihr weiterhin Amtsmissbrauch, Vernichtung öffentlicher Dokumente, illegale Interessenvertretung und Korruption vor. Nach Angaben von dem Anwalt von Herrn Baldan, also von der Klägerseite, gibt es inzwischen 500 Parteien, auch politische Parteien sowie die Mitgliedstaaten Ungarn und Polen, die sich dieser Klage gegen Frau von der Leyen angeschlossen haben. Da jetzt allerdings die Anhörung von Mai auf Dezember vertagt wurde und somit keine Entscheidung ansteht, hat Herr Baldan sich genötigt gesehen, dieses Eilverfahren hier vom Zaun zu brechen. Bereits am 28. Mai hat sein Rechtsanwalt diese formelle Mitteilung an den Europäischen Rat, die Kommissarin für Werte und Transparenz, die Frau Juroba und den EVP-Vorsitzenden Manfred Weber geschickt. Und genau Manfred Weber mit seiner EVP hat gestern den Gerichtstermin geschwänzt. Und wer dachte, das hält die Richterin davon ab? Falsch gedacht, aber eins der Reihe nach. Der Anwalt hat daraufhin die in Belgien ansässige EVP eingeladen zu dem Eilverfahren gestern vor einem französischsprachigen Brüsseler Gericht und begründete das mit der Dringlichkeit der Situation. Es ist nämlich so, dass nach Baldan, diesem Kläger hier, Frau von der Leyen während ihrer Zeit als Kommissionspräsidentin gegen die EU-Grundrechte-Charta verstoßen hat, mehrere EU-Verträge und gegen den Verhaltenskodex für Kommissare verstoßen hat und im Falle einer Wiederwahl sich in einer gleichen Situation wiederfinden könnte. Außerdem gibt es Satzungsverstöße gegen die Satzung der EVP-Fraktion. Er ist außerdem der Meinung, und jetzt wird es wirklich interessant, dass ihm, also der Kläger ist der Auffassung, dass ihm als Kläger in der Strafsache Repressalien drohen könnten. Wow, wow, was sagt er hier? Wenn Frau von der Leyen wiedergewählt wird, weist er darauf hin, dass seine EU-Akkreditierung als Lobbyist wenige Stunden nach der ersten Pressekonferenz zu Pfizer-Gate bereits entzogen wurde und er inzwischen kein Zutrittsrecht mehr hat, außerdem ist auch Druck auf verschiedene Richter schon ausgeübt worden. Er argumentierte gestern vor Gericht in Belgien, dass er als Whistleblower behandelt werden müsse und somit durch die EU-Whistleblower-Richtlinie geschützt sein müsste. Es ist phänomenal, wie dieser Lobbyist die Waffen der EU geradezu umkehrt und sie benutzt gegen die EU. Baldan sagte, dass Frau von der Leyen nicht nur Druck auf Kläger ausüben könnte, wenn sie jetzt wiedergewählt wird, nein, sie könnte auch die Europäische Staatsanwaltschaft beeinflussen, die ja ebenfalls diese Ermittlungen führt inzwischen. Es gibt hier diesen Kompetenzstreit mit dem Gericht in Lüttich, aber dennoch ermittelt zumindest mal die Europäische Staatsanwaltschaft und die Belgische Staatsanwaltschaft hier weiter. Die Forderung, die ihr hier aufstellt, ist, er soll, also Frau von der Leyen soll die Kandidatur zurückziehen oder 50.000 Euro für jeden Tag der Verzögerung ab Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung verhängen. Das heißt, selbst wenn hier der Richter entscheidet, sie darf keine Kommissionspräsidentin mehr sein oder werden, wird hier ein Bußgeld von 50.000 Euro am Tag ins Spiel gebracht, damit sie es dann doch nicht tut. Und das ist wirklich interessant. Es wird hier verhandelt vor einem belgischen Gericht und anscheinend hat das belgische Gericht gar keinen Durchgriff auf den Kommissionsvorsitz, sonst müsste man hier dieses Bußgeld für Zuwiderhandlung erst gar nicht einführen. Was ist jetzt gestern passiert vor Gericht? Na, die übliche Taktik der EVP. Die EVP ist einfach abwesend geblieben. Die EVP ist einfach nicht erschienen und sie hat weder dem Richter noch der Gegenseite Bescheid gesagt. Und das ist schon wirklich bezeichnend. Einfach ohne Entschuldigung beim Gericht fernbleiben. Das wird Konsequenzen haben. Die EVP wollte sicher durch ihr Nicht-Erscheinen versuchen, die Anhörung nach hinten zu verschieben, weil wir ja Ende nächster Woche schon die Posten in der EU verteilen wollen. beziehungsweise es gibt ja sogar noch eine Abstimmung im Europäischen Parlament diesen Monat. Das wollte die EVP sicherlich versuchen, mit dem Nicht-Erscheinen vor dem Gericht zu verschieben. Aber diese Missachtung des Gerichtes, die Richterin hat nämlich entschieden, die Anhörung findet statt, auch wenn die beklagte Seite meint, sie muss nicht erscheinen. Ihre Entscheidung gibt sie nächste Woche bekannt und zwar vor dem 27. Juni. Das heißt, die Richterin sagte, ihr kommt nicht, ist euer Problem. Wir können das auch in Abwesenheit verhandeln. Ihr seid Beklagte in einem Rechtsstreit und habt vor Gericht zu erscheinen. Ihr meint, ihr könnt euch darüber hinwegsetzen. Falsch gedacht. Die Richterin, sie hat jetzt zu entscheiden bis nächste Woche und ich bin gespannt, wie sie entscheidet. Sie hat sich das alles angehört. Und es ist auf jeden Fall jetzt nochmal spannend, denn Frau von der Leyen, entweder muss sie zittern oder sie muss jetzt nochmal Einfluss ausüben auf die Justiz in Belgien, damit hier kein Urteil gegen sie gesprochen wird und dass man auf die belgische Justiz Einfluss ausüben kann, sagt die Europäische Kommission selbst in einem ihrer vielen Berichte. Deswegen, das ist kein Hokuspokus, das ist ja eigentlich wieder Popcornzeit geschlagen mit den eigenen Waffen, könnte man sagen. Die mutmaßlich korrupte Ursula von der Leyen, die Flinten-Uschi, die schon nur bei der Bundeswehr Geld verbrannt hat und jetzt in der EU Geld verbrennt, will sich um aller Machterhaltswillen diesen Sitz in der Kommission erkaufen. Koste es, was es wolle. Diese Frau ist durch und durch verlogen und unehrlich. Das sieht man jeden Tag aufs Neue. Wer könnte denn die Grenzen beschützen in der EU? Wer könnte denn außen zumachen, damit hier keine Flüchtlinge mehr reinkommen? Zum Beispiel die Kommissionspräsidentin. Aber es ist alles nicht gewollt. Es ist alles gegen das Volk und das Volk hat die Schnauze voll. Und jetzt wird es wirklich spannend, ob man Frau von der Leyen hier diesen Posten nochmal gibt, was am Ende der politische Hinterzimmerdeal wird, was die anderen dafür bekommen. Es bleibt somit sehr spannend, ob es hier der letzte Versuch ist, Frau von der Leyen zu stürzen oder ob es ihr letzter Versuch wird, den Hals aus der Schlingen zu ziehen. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche noch eine Entscheidung, die so oder so berichtenswert sein wird, denn es geht hier um die Korruption unserer Chefin in der EU, wenn ihr so wollt. Und das Gericht hat die Anhörung angenommen. Sie haben sie auch durchgeführt, obwohl die Gegenseite gesagt hat, wir kommen nicht und wir sagen nicht Bescheid. Respekt an diese Richterin. Ich hoffe, dass sie sich durchsetzen kann und dass sie ein Urteil im Namen des Volkes spricht und die restliche Europäische Union von Frau von der Leyen erlöst, damit die anderen nicht mehr so viel Hass auf uns Deutsche kriegen, weil wir so inkompetentes Personal nach Brüssel geschickt haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kanntest du dieses Eilverfahren? Ich kannte es nicht bis gestern Abend. Es ist mir spontan auf die Füße gefallen. Schreib mir mal einen Kommentar zu unserer Uschi, wie du sie findest und wo du sie hinschicken würdest. Wahrscheinlich in den Orkus der Geschichte. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du kein neues Video in Zukunft. Damit bis bald.